Wir wollen gerne alles aus einer Hand haben. Gegründet wurde das Unternehmen durch unseren Vater 1964. Für mich kam nur die Firma Heidelberg in Frage. Dadurch, dass wir fast vollstufigen Heidelberg-Workflow haben, also bis hin in die Weiterverarbeitung, gibt es ein schon sicheres Gefühl, dass man auch vom Anfang bis zum Ende einer Produktion Qualität liefern kann. Wir sehen uns ja immer auch als Möglichmacher, weil wir auch darüber hinaus Dienstleistungen anbieten, die jetzt eine klassische Lockerei nicht anbieten kann. Sei es jetzt im kreativen Bereich, organisatorisch, Messeplanung, solche Dinge, die wir halt auch mit anbieten können. Bei uns ist es wirklich so, die Kunden vertrauen uns auch. Und die wissen auch, dass sie die Qualität, die sie erwarten, auch hier bei uns bekommen. Die Ergänzung mit dem Digitaldruck ist für uns an und für sich sehr gut. Daher auch die Anschaffung bzw. die Kombination mit dem Digitaldruck noch ein bisschen weiter auszubauen. Da sind wir natürlich auch wieder bei Heidelberg gelandet. Wie gesagt, alles aus einer Hand. In der Digitaldruckmaschine drucken wir überwiegend die Umschläge zu unseren Kirchenheften, wo der Inhalt teilweise dann im Offset läuft, digital bei kleinen Auflagen. Mit dieser SX-74 haben wir uns natürlich einen gewissen Mehrwert versprochen. Ja, und das ist bestätigt worden. Bei der ist die Rüstzeit so niedrig, das Format stellt sich von alleine an. Ich brauche nur noch den Saugkopf etwas einstellen. Also von 400 bis 40 Gramm läuft alles einwandfrei durch. Bei Druckplatten ist auch Heidelberg auch wieder dazugekommen. Vertrauen wir Ihnen voll und ganz. Druckfarbe auch Heidelberg. Also funktioniert alles einwandfrei. Firma Heidelberg würde ich unangeschränkt weiterempfehlen, ja.